Hallo und herzlich willkommen zu einem hundereichen Video von mir, Lucia Dragon Mary. Naja, eigentlich ist es ja ein vogelreiches Video, nur man sieht keine Vögel, aber es ist für Vögel. Und zwar habe ich einen neuen Shop ausprobiert. Da gab es gerne, das ist gefährlich. 10% auf die erste Bestellung. Da habe ich dann gleich etwas mehr mitgenommen. Und zwar ist das Sand. Und zwar Chinchilla Sand. Gut, das ist jetzt nicht für Vögel. Das ist für meine Hamster. Für meine Goldhamster. Aber ja, das gibt es auch. Also es gibt nicht nur für Vögel was bei Hoha, sondern auch für andere Tiere. So, da sind offensichtlich zweimal fünf Kilo drin Chinchilla Sand. Das ist Schachtel eins von vier. Ja, die Schachtel ist jetzt deutlich leichter. Da stand, glaube ich, 4,4 Kilo. Ich habe es plöderweise weggerissen. Ich wollte eigentlich das Stück übrig lassen. Naja, klappte hervorragend. Und da steht tatsächlich Bruchgefahr drauf. Und ich glaube, die Enten haben Hunger. Ich weiß nicht, ob man die hört, aber hinter mir meckern die gerade. Oh, interessant. Das ist viel Füllmaterial. Hoppla. Das war deine Nase, du Nudel. Du musst aufpassen, weil die Katzen finden so was zum Fressen gern. Hoppla. Nun dürfen sie das nicht. Das ist der Futterspender. Hm, wie lege ich den jetzt raus, ohne eine Sauerei zu veranstalten? Nein, ich glaube. So. Mein Bauch hat ein paar aufgefangen. Muss ja seine Vorteile haben, wenn man ein bisschen mehr Bauch hat. So, da sind da noch ein paar drinnen. Da wird von oben aufgefüllt. Aha, das ist mit zwei Kammern. So. Das kann man rausnehmen zum Reinigen. Die sind ja nämlich doof. Die werden da bestimmt auch drauf machen. Das kann man dann, ohne das Ganze abmontieren zu müssen. Ich gebe das jetzt wieder drauf. Ah, draufstecken. So. Nur das geht nicht raus. Doch. Cool. Ja, das finde ich sehr cool. Das hat schon vorgebohrt. So, dass man es einhängen kann, aber auch leicht wieder rausnehmen kann. Praktisch. Davon habe ich zwei bestellt. Ich habe keine Ahnung, ob da jetzt das Zweite drin ist. Hoppla. Ja. Ja, das Zweite ist auch gut. Ich glaube, da ist sogar recyceltes Zeugs drin. Finde ich gut. Die werde ich übrigens wieder verwenden. Also falls jemand von mir Bruteier bestellen möchte. Laufenten habe ich noch. Also meine Laufenten liegen noch. Meine Antwerperner Badzwerge brüten. Irgendwer knurrt hinter mir. Was ist denn? Miriam. Miriam stenkert mit der Alexa. Oder die Alexa mit der Miriam. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall. Das ist mir. Miriam. Alexa. Was ist denn das? So. Man sieht mich. Hallo. Ja. Ich glaube, sonst ist da nichts drin. Oh ja. Da ist noch was drin. Was ist das? Ah. 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 Das ist für das... Jetzt sieht man das. Da ist ein Löwenzahn abgebildet. Ja. Ich glaube schon. Residenz-Löwenzahn. Das ist ein Plastikhaus für Meerscheinchen oder halt auch Wachteln. Oder kleine Hühner oder was auch immer. Ich habe es für das Quarantänezimmer gekauft, bestellt. Denn im Quarantänezimmer ist kein Holz. Bis auf die Einlegeböden von den Regalen. Aber da sind ja keine Tiere direkt dort. Da reicht mir nicht drüberwischen. Da liegen nur die Brüter drauf und Zubehör. Aber da, wo die Tiere sind, da ist nichts aus Holz. Alles aus Plastik. Das, wenn man zum Beispiel Kokzidien hat, das müsste man sonst das Holz wahrscheinlich wegschmeißen oder Vogelmilben oder irgendwelche anderen Milben. Das kann man vielleicht sogar in den Geschirrspüler packen, aber zumindest abkärchen und gut desinfizieren und gut reinigen. So, da ist natürlich irgendwo noch ein Dach. Ich habe keine Ahnung, ob das drin ist. Ja, da ist was. Moment. Das ist das Dach. Ist natürlich nicht für die dauerhafte Unterbringung vom Meerscheinchen geeignet, weil da wenig Luftzirkulation besteht. Wobei, ich glaube, da könnte oben sogar relativ viel durchpassen. Da ist Abstand. Wenn man das jetzt zusammensteckt, ist es wahrscheinlich dichter. Ich glaube, ich habe es falsch rum. Das schaue ich mir dann später an. Auf jeden Fall, ja. Ich habe drei solche Notfallunterbringungen für zum Beispiel Meerscheinchen oder halt Wachtelküken zum Beispiel. Die ziehe ich da auch auf. Und da ist das super. Das ist natürlich nicht für die Wachtelküken, weil die sollen ja unter die Wärmplatte gehen. Bis sie die nicht mehr brauchen, dann kann ich das auch verwenden. Aber ja, die sind nämlich blöd. Die setzten sich da rein und wundern sich, warum es nicht warm ist und erfrieren. Ja, Wachteln sind nicht die intelligentesten Tiere. Aber einen Babymenschen, glaube ich, der würde das, also ein Babymensch, ein menschliches Baby, würde das vielleicht auch nicht sofort verstehen. Ist halt schwierig. Ich habe noch keinen, ich kann das nicht testen. Mein Kind würde das Urversuchs, ja, ich würde das für Versuche verwenden. Intelligenztest. Na gut, machen wir mal weiter. So, Paket Nummer drei. Da ist wieder Achtung, Hochgefahr. Ich bin schon gespannt, ob die anderen zwei drin sind. Ich habe übrigens das zusammengesteckt und jetzt ist es wieder offen. Gut, dann zeige ich es nachher. Also besonders gut halten tut der Decken nicht. Entweder ich bin zu schwach zum zusammenstecken oder es haltet irgendwie generell nicht. Das sieht schon gut aus. Und zwar diejenigen, die den Vlog verfolgt haben, den letzten, habe ich Babys aufgezogen. Und nachdem die zwei wirklich die ganze Packung aufgefuttert haben, habe ich ein neues bestellt. Dann habe ich ein Plastikfüllmaterial, das finde ich jetzt weniger gut. Oh, ich habe offensichtlich noch mehr Sand bestellt. Oh, jetzt ist es hinter die Couch gefallen. Naja. Da nochmal Chinchilla-Sand. Das ist sehr mutig. Chinchilla-Sand zusammen mit Glas zu transportieren. Ah ja, ich habe ja drei von denen bestellt. Ich habe ja momentan nur Kanarienvögel und Wellensittich. Mir sind ja meine Nymphensittich leider verstorben. Der Hahn ist gegen die Scheibe geflogen und war tot. Am Abend ging die Scheibe geflogen. Am nächsten Tag war er tot. Und das Weibchen hat dann nicht mehr gegessen. Ich hatte keine Gelegenheit, einen neuen Hahn zu organisieren. Also ich war gerade dabei, einen neuen Hahn zu organisieren. Aber sie ist dann zweieinhalb Tage später verstorben. Ja, das war urtraurig. Aber ich habe vor, wieder Nymphensittich zu bekommen. Dementsprechend habe ich... Ich zeige dir mal das her. Das ist wie ein Spiegel. Man sieht meine Plüschtiersammlung und den Vorhang. Das ist ein Schaber. Der ist sogar relativ flach auf der Vorderseite. Also da fehlt halt noch ein Stiel. Das ist dann für einen Hühnerstall zum Wegschaben. Und der Boden vom Hühnerstall besteht ja aus einer Siebdruckplatte. Einer großen. Nicht gestückelt. Das ist tatsächlich eine. Ich habe den Stall an die Siebdruckplatte angepasst. Damit da eben keine Rille ist, wo dann Feuchtigkeit eindringen kann und alles schimpelt und Milben und alles mögliche. Das kennen die ein oder anderen vielleicht noch. Ich habe die zwei. Ich habe davon noch zwei gehabt. Die sind aber verrostet. Weil die hatte ich wirklich häufig im Geschirrspüler. Mittlerweile bin ich der Meinung, zu häufiges Reinigen der Tränken ist nicht gesund. Das heißt, ich werde das immer nur sporadisch, wenn es halt wirklich dreckig ist, machen. Um es sonst zu lassen. Ich habe vier Stück. Pro Voliere mit Stahl eins. Und eins dann zum Tauschen, beziehungsweise falls etwas kaputt geht. Das kann ich leider nicht gut austauschen. Aber die Glasflaschen habe ich noch von den anderen irgendwo. Muss ich da nochmal suchen. Das sind die Glasflaschen. Die steckt man dann oben rein. Für die, die mich noch nicht so lange abonniert haben. Beziehungsweise, was mir aufgefallen ist, meine Abonnenten schauen mich gar nicht. Das ist unter fünf Prozent. Die meisten Leute, die ich zuschauen, haben kein Abo bei mir. Ich bin enttäuscht von meinen Abonnenten. Deswegen gibt es auch keine Abonnenten-Specials. Ich werde ein Nicht-Abonnenten-Special machen. Richtig traurig. Richtig traurig. So. Hä? Das hat eine andere Farbe. Nein, ich hasse das. Nein, das hat eine andere Farbe. Jetzt bin ich wieder enttäuscht. Da habe ich mir jetzt gerade gestochen. Das ist spitz. Verletzungsgefahr. Aber zum Glück nicht für die Vögel. Die kommen da eher weniger hin. Oh, eins schaut anders aus. Das andere ist gelb. Die sind nicht gelb. Da. Ich würde ja fast reklamieren. Ich komme mir dann zwar total blöd vor. Oh, es stört mich. Ich habe gern, dass alles gleich ausschaut. So, ich kriege es jetzt leider nicht auseinander. An sich ist es das gleiche. Es ist ein Löwenzahn. Es stört Residenz-Löwenzahn drauf. Wir müssen nur noch die Deckel finden. Ich hoffe, die sind wenigstens grün. Das ist das dritte. Da ist übrigens Glas. Aber ich glaube, das sieht man eh. Man sieht sogar die Kamera. Ja. Da haben wir drei Stück. Dann habe ich für meine Zuchtboxen bestellt. Ersatzsitzstangen, weil sie die wirklich sehr schnell verdrecken. Die werden wirklich häufig gereinigt. Ja. Dementsprechend habe ich das da. Ich glaube, es sind zehn Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja. Zehn Stück. Dann habe ich bestellt. Die marschieren da unten davon. Die wollen flüchten. Und zwar sind das solche Vogeltanzbordschachteln. Das ist jetzt natürlich nicht für Tierarztbesuch oder sowas. Sondern das ist für einen Vogelverkauf. Ja. Da sind die Vögel drin. Da gibt es eben die Luftlöcher. Da. Da sind die. Zwei Luftlöcher. Ja. Die sind nicht zu teuer. Und wenn jemand Vögel kauft und keinen Transporter hat. Zum Beispiel auf Messen oder. Äh. Nicht Messen. Äh. Märkten oder Ausstellungen. Sind die super. Und andere Züchter haben das auch. Also habe ich mir das jetzt auch gedöhnt. So. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Deswegen lege ich sie da rein. Und dann haben wir das da noch. Das sind Sepia Schalenhalter. Nachdem meine Drahtvorrichtung am Gitter nicht lange gehalten habe. Bei den Wellensittichen. Die machen wirklich alles kaputt. Die sind talentiert. Also wenn ich irgendeinen Vögel. Äh. Einen Vögel. Einen Vogel wollte. Der nicht viel kaputt macht. Die Kanarienvögel sind diszipliniert. Wellensittich und Lymphensittich machen alles. Die demolieren alles. Alles was man hat ist dann kaputt. Auch Kabeln. Ja. Deswegen haben wir auch kein Licht immer noch. Ja. Das sind auf jeden Fall vier. Nein, drei Stück. Ja. Zwei zum so. Und eins als Reserve. Falls sie das auch zerstören. Ich habe extra die Metallinnen genommen. In der Hoffnung, dass sie die nicht zerstören können. Aber. Ja. Ich kenne meine Herrschaften. So. Herr und Damen schaften übrigens. Richtig gegendert. Eigentlich falsch gegendert. Aber es wurscht. Ist ein kleiner Witz. So. Eine Schachtel glaube ich haben wir noch. Oder zwei. Ich habe jetzt den Überblick gefolgt. Nein. Das ist jetzt Nummer drei. Das heißt es fehlt noch eine. So. Das letzte Paket. Da haben wir jetzt auch Werbung. Mehr oder weniger. Da stand unter dem Zettel Wagner 15,2 Kilo. Und auf dem steht 16,20 Kilo. Also es ist dann noch ein bisschen was dazugekommen. Aber wahrscheinlich der Inhalt und die Schachtel wiegt ja auch noch was. So. Da haben wir wieder Bruchgefahr. Da sind jetzt die Deckenlein. Die sind rot. So. 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 Ich habe übrigens das zusammengesteckt. Man braucht tatsächlich Kraft. Es muss klicken. Es macht so klick. 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 Ja. Das kommt da so dazwischen. Und das muss so klick machen. Dann funktioniert es. Das Gelbe gefällt mir besser. So. So. Dann kann nichts mehr. Ist nichts zu ändern. So. Und das ist jetzt offensichtlich ganz viel Hirse. Wie viel Hirse habe ich bestellt? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber es kommt mir tatsächlich jetzt etwas viel vor. Ich glaube ich habe übertrieben. Und ich glaube da ist sonst nichts mehr drin. Vielleicht ist das. Was stand da drauf? Die 15,2 Kilo. Es kann sein, dass ich 15 Kilo Hirse bestellt habe. Und die 1,2. Das ist aber schwerer als 100 Gramm. Ja. Aber das erklärt dann auch wie die 16 irgendwas zustande kamen. Das ist auf jeden Fall ganz viel Hirse. Also bekommen da jetzt eine Zeit lang aus. Ja. Finde ich cool, dass es so Großangebote gibt. Weil beim Kölle-Zoo Fressnap hat das gar nicht. Zumindest unserer nicht. Und Zoo Plus, die haben immer nur so 1 Kilo Sacken. Und völlig entfernt von irgendwelchen Großabnehmerpreisen. Und das ist super. Die schauen auch super aus. Da ist etwas drauf. Ja. Gefällt mir sehr gut. Da sind wir lange beschäftigt. Ich habe jetzt hier länger keine gehabt. Ich habe länger keine bestellt. Das sieht man auch im... Ich habe übrigens eine Playlist von Unboxings. Da sieht man, dass die sehr weit unten sein müssen. Oder oben. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es geschlichtet habe. Auf jeden Fall. Buh buh. Weil es wäre sehr neugierig. Ja. Das war meine Erstbestellung bei Hoha. Ich bin begeistert. Bis auf die verschiedenfarbigen Hütten. Da bin ich mega enttäuscht. Aber das können die ja nicht wissen. Dass ich artistisch bin. Und bei mir alles gleich ausschauen muss. Vielleicht wollten sie mir sogar eine Freude machen, dass Abwechslung drin ist. Aber das ist leider bei mir ganz schlecht. Andere Leute haben gerne Abwechslung. Ich meine Mist. Ja. Auf jeden Fall. Hoffe ich euch hat es. Hallo Miu Miu. Das ist eine Kamera. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und dann sage ich Tschüss bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Danieljörgmüßbregmüßbregmüßbregmüßbregmüßburgerklkj sentence. Und dann sage ich. Detest bochen vielleicht abe一下 die 2 traveler буквale rechts thôi. Deswegen subs이고. Was bekспร overlayen oder ErechmüßbregmüßbregmüßbregmüßbregmüßbregmüßbüßikmüßbrePS8854. Bis zum nächsten Video Formula zu Saw él Mo이랑.